Was ist das, darf ich? Was ist das Wahnsinns? Ich komm da nicht durch. Hm. Achso, dann muss ich hier einfach nur wegen wegen... wegen der Tür. Weil wegen Tür. Und nicht mehr unten durch die Laser durch. Leider ist es doch schon mal etwas. Und nicht mehr durch das Testgeländer. Guten Tag! Ja, Moment. Er hat Chilled gehabt. Wuh! Gut. Und nun? Oh. Ich hasse diese Wände, ne? So. Ich hoffe, ich laufe hier noch einigermaßen richtig. Und das weiß ich auch nicht. Oh. Warte ich vorher auf? Ach nee, jetzt kann ich dahin wieder. Ah, okay. Deswegen hab ich mir diese Panther-Option angeholt, ja. Gibt's schon B. Die Panther. Verstehst? Nein. Wieder zurück. Zum Forschungszentrum. Waaah. Waaah. Okay. Ja und... Jetzt soll ich hier... Ah, ich soll tatsächlich hier. Okay. ... ... ... Spinne. Aus der Weg. Ich hab's eilig. Wir essen zeitig. Okay. Essen. Ist ja nicht, was ist es. Da komm ich so nicht durch, ne? Mit... Nein. Wäre das sein können, aber... Nein. Okay. Nur ultrakalte, was, Quelle? Ich schaffe dir das ultrakalte Plasma. Ja, immer. Ich wollte schon immer ein ultrakalte Plasma haben. Ich bin überhaupt mit einem Plasma zufrieden. Nein! 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 Aua! 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 Das tut weh! Nein! Oh, das hat gut getan. Gehen wir mal hier durch. Gehen wir mal hier durch. Ähm. Ähm. Okay. Da-da-da-da! Kann man das nur machen, wenn man das explosiv aus Kuhnice hat? Das wäre echt mies. Also eher nicht richtig mies, aber ne? Okay, wir haben mehr Kuhnice. Das ist an sich nicht so verkehrt. Ähm. Wo sind wir hier eigentlich? Ach du Scheiße. Guck mal, was wir da noch für einen riesigen Bereich haben, den wir noch gar nicht betreten haben. Da müssen wir dann auch über irgendein Rohr wahrscheinlich wieder rein. Weil hier haben wir sowas und das geht halt hier dann gleich rüber. Ich weiß nur gar nicht, wo dieses Rohr herkommt. Aber wir werden das bestimmt noch herausfinden. Oder eventuell auch nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich hab so überhaupt gar keine Ahnung. Aua. Hm. Ich will da rum. Ich will da rum. Ich will da rum. Ich will überhaupt irgendwie irgendwo hin. Ich komm hier nicht hoch. Okay. Hey, guck mal, die Spinne ist respawned. Hey. Hey. Au. So. Geh halt mal hier hoch. Oh, noch eine Spinne. Hallo. So wie zum Thema. Hey, Mensch. Der kann doch nicht uns helfen. Ich brauch doch mal ein bisschen Leben. Das ist da oben. So. War noch nur. Eins war jetzt noch das Ding, den ich da brauchte. Aber trotzdem. So. Hier einfach mal durch teleporten. Waaah. Damit hätte ich nicht so gut gerechnet. Und besonders mit dem Strahl, der mich vertötet, den Laser. Auch nicht gerechnet. So. Ja. 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 So. Ich muss da durch. So. Was gibt's hier? Oh, was zum Heilen. Das habe ich jetzt aber auch wirklich mal gebraucht. Okay. Okay. Und hier soll ich wieder mit dem Panther irgendwo hindüsen? Okay. Ich geh da mal. Die Ventilationsstation. Damals nicht das ultra kalte Plasma finden. Oder weiß ich auch nicht. Wo sind wir hier? Wir sollen jetzt aber immer noch einfach weiter. Okay. In den historischen Distrikten. Da waren wir schon lange nach. Und die sagen mir jetzt, ich soll irgendwo hier hin. Wieso habe ich da ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Okay. Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn noch die gelben Römer? Weiß noch da, weil das Spiel noch so einfach war. Da sind noch noch Zeiten. Da haben wir doch bestimmt jetzt auch noch irgendwo was, was wir jetzt nochmal öffnen könnten. Ich glaube da unten sind wir noch nicht gewesen, weil wir nicht durchtreten konnten. Da haben wir noch was mit dem Portal. Also mit dem, mit dem, hey Mensch lass mal durch sprinten. Ein Spiel sagt mir, ich soll wohin? Irgendwo da hinten. Seht ihr das? Wahrscheinlich wenn ich hier den Adler benutze, dann würde ich dann auf die hintere Ebene gelangen. Gut. Gehen wir erstmal in die andere Richtung. Dann können wir die anderen zwei Dinger da hinten abhalten. Kann man ja mal machen. Ja. Lauf rein Namut. Bist Elektriker. Kann man das mal machen. So. Ähm. Ich muss noch ein Stück weiter für das Stück da hinten. Also Falzigkeit ist noch nicht gewesen. Sieht mir aber irgendwie ganz stark dann aus. Irgendwann ein bisschen weiter. Ja. So und hier jetzt langsam runter. Mit gerolltem R. So hier. Da 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 da. Hat sich mega gelohnt. Auf jeden Fall hat sich das gelohnt. So. Das andere da hinten. Also wieder ein bisschen hoch. Muss immer durch. Sorry Leute. Sorry für die Kaffeepausen und Störung hier. Ich muss da. Ich muss da an dem. Schildtypen. Ich hasse sie. So. Ich bin nicht zu tief ne. Nein. Das ist ne Etage genau. Ich will da durch. Warum komm ich da nicht durch. Muss ich ernsthaft außen bei diesem Palast da rum. Na gut. Wenn das Spiel das so will. Dann wird es bestimmt sein Grund. Ja. Sag mal. Komm rein. Weißt du. Ich krieg gleich erstmal ne Kimmel ins Maul. Ist das nicht. So. Ähm. Ja. Hier kann aus. So. Ähm. Gesundheit. Man weiß nie. Aha. Wo kommen wir denn hier hin? Nur mal so gefragt. Ach so. Da geht es ins Gefängnis. Aber. Da haben wir noch etwas. Da sind wir noch nicht durchgetreten. Okay. Aber hier brauchen. Müssen wir eh noch mal später hin. Weil da fehlt uns was für diese blauen Türen. Okay. Okay. Hm. Hm. Komm ich hier irgendwo hin? Tatsächlich. Okay. Bringt es mir was? Bringt es mir was? Nein. Aber ich bin hier irgendwo hingekommen. Okay. So. Dann lass mal jetzt in die andere Richtung wieder gehen. Und nochmal ordentlich Strom fressen. Freut sich der Elektriker. Und die Stromrechnung. Äh. Achso das war irgendwo hier oben. Nein das war es nicht. Verdammt. Ich bin. Ich bin. Da. Das hab ich gesucht. So. Nein. Ich will da durch. Ich will da durch. Danke. Jetzt wieder zur anderen Seite der Map. Damit ich dann nicht mein Hauptziel weiter widmen kann. Und nochmal. Wir kriegen halt irgendwann. Dies. Äh. Ultrakalte Plasma. Und. Wahrscheinlich auch irgendwann das Zeug. Mit dem wir dann dieses Lidane Zeug. Durchschreiten können. Diese Lidane Türen. Und auch diese Typen mit den Lidane Schäden. Und dann würde ich sagen. Machen wir uns so langsam auf die Suche nach. Keine Ahnung. Allem möglichen. Was man halt so. Absammeln kann. Ich glaube viel mehr gibts dann nicht. So. Ähm. Ja. Sind fast da. Geht tatsächlich schneller als man eigentlich denkt. Wenn man jetzt nicht jeden Gegner tötet. So. Einmal aufs Maklerflug. Einmal nach hinten bitte. So. Okay. So. Dann wollen wir da nach unten. Weil wegen. Oh shit. Ich dachte dich haben wir erledigt. Den hatten wir erledigt. Dachte ich. Falschgedacht. Oh shit. Äh. Hallo Drache. So. Wo kriege ich dich jetzt. Ah. So. Da ist nicht viel Schaden dabei gekommen. Aber hey. Wir haben Schaden gemacht. Ah, okay, der geht natürlich nach hinten, weil er nicht geht. Ach, der würde halt hier bei mir auf unserer dreidimensionalen Ebene treiben, aber nee, der geht halt zurück nach hinten zu ihm. Das muss halt nur an der Linie sein mit ihm, damit ich ihn dann auch treffen kann. Verstehst du? Und halt nicht am Feuer stehen, tipp, nicht am Feuer stehen. Na, das kann ja lustig werden. Wie macht das auch nicht so richtig schaden bei ihm, ne? Shit. Voll in das Ding ins Reigeflogen. Mist. Ah ja, der spuckt hier diesen kalten Atem aus. Ah ja, der spuckt hier diesen kalten Atem aus. Mist. Was machst du jetzt? Irgendwas, was mir nicht gefällt. Okay. Oh, hier bin ich einigermaßen zählt. Einigermaßen. Ich glaub ich schaff's, ich glaub ich schaff's, ich glaub ich schaff's. Irgendwas. Oh, okay. Oh, oh, oh. Jetzt kommt er. Ich dachte, er schießt ja nochmal, aber nein. Aber wir haben's. Wir haben's. Jaaaay. Irgendwie. Irgendwie. Es war auch zwischendurch ein bisschen knapp. Yeah. Und damit haben wir das ultrakalte Plasma. Wupptidu. So. Läuft. So, kehren wir zum Versuchsobjektlager zurück. Das machen wir. Aber das machen wir dann, würd ich sagen, in der nächsten Folge. Von Spider, wenn wir dann hier, ne? Keine Ahnung. Weitermachen mit den ganzen Krams und so weiter. Schauen wir mal. Bis dahin. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Danke für's Zuschauen. Und bis denne.